In dieser Gesellschaft wird dem öffentlichen Auftreten ein sehr großer Wert beigemessen. Und es scheint so zu sein, dass der Inhalt zweitrangig ist. Denn Hauptsache, man redet viel und ist präsent. Ob in der Familie, beim Sport, in der Schule oder bei einem schönen Essen. Der Besserwisser muss immer alles korrigieren. Besserwisser sind meistens unbeliebt. Das Gefühl, ständig andere zu verbessern, soll einem dabei helfen, ein besseres Bild von sich selbst zu geben. Sie sind immer die Ersten, die sich melden. Die Ersten, die etwas kommentieren. Immer auf dem neuesten Stand und auf Knopfdruck haben sie eine Antwort beantwortet. Häufig reden sie auch, ohne dass man sie fragt. Jeder von uns kennt so eine Person. An sich ist es eine schöne Sache, denn es zeugt von einem starken Bewusstsein, wenn man mit seinem Umfeld verschmilzt. Man macht sich Gedanken über sich, die Realität und Ereignisse, die um einen herum passieren. Aber wie das Wissen eingesetzt wird, ist das Problem dieser Besserwisser. Man sollte tief in sein Herz schauen und sich wichtige Fragen stellen. Verspürt man wirklich den Drang, mit seinem Wissen den Menschen zu helfen? Erwischt man sich selbst dabei, dass man ständig im Mittelpunkt stehen möchte? Oder möchte man tatsächlich die Zufriedenheit Allahs erlangen? Die Digitalisierung hat auch ihre Schattenseiten mitgemacht. Man gibt Statements und Kommentare ab, um sich zu profilieren. Und das wie am Fließband. Nach dem Motto, ich muss es jedem zeigen. Eine schlimme Krankheit, die sich im Herzen breit gemacht hat. Wir denken, wir wären cool und man hört uns gerne zu. Jedoch ist die bittere Realität, dass sich Arroganz, Selbstverliebtheit und andere schlechte Eigenschaften bei uns zu einem Charakterzug entwickelt haben. Und das vielleicht nur, weil wir zu allem unseren Senf abgeben müssen. In einer unglaublichen Überlieferung wird uns aufgezeigt, dass wir nicht nur uns selbst damit schaden. Nein, auch anderen Menschen schaden wir durch unsere Besserwisserei. Es wird berichtet, von Jabir radiallahu anh, dass die Gefährten einmal auf einer Reise waren und ein Mann, der mit ihnen war, sich am Kopf durch einen Stein verletzte. Als er sich am Abend hinlegte und wieder aufstand, merkte er, dass er einen feuchten Traum hatte. Er fragte dann am Morgen nach, gibt es für mich eine Entschuldigung, um Tayammum zu nehmen? Tayammum ist die Gewichtswaschung mit Sand, wenn man kein Wasser findet. Ihm wurde gesagt, für dich gibt es keine Entschuldigung, du musst die Ganzkörperwaschung vollziehen. Sie gaben ihm eine scheinbar islamische Antwort, nämlich, dass er sich komplett waschen müsse. So nahm er die Ganzkörperwaschung und kurz darauf verstarb er. Die Nachricht erreichte unseren geliebten Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und nun hört, was er sagt. Ihr habt ihn getötet, möge Allah euch töten. Allahu Akbar, sie haben diesen Mann getötet, weil sie ohne das richtige Wissen geurteilt haben. Meine lieben Geschwister, wie oft haben wir einen falschen Ratschlag gegeben, nur um andere zu beeindrucken. Um nicht blöd dazustehen, unaufrichtig. Einfach nur, damit man unsere Person nicht in Frage stellt, um vielleicht Autorität zu beweisen. Wir müssen nicht immer zu allem eine Antwort geben, als ob das unsere Lebensaufgabe wäre. Im Gegenteil, mit einer falschen Antwort könnten wir dem Jenseits eines Muslims schaden. Und unserem genauso. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir erst einmal den kompletten Islam studieren müssen, um zu reden. Nein. Aber über das gefragte Thema muss man mit Aufrichtigkeit antworten, sofern man sich auskennt. Und man darf kein bisschen Hochmut und Besserwässerei im Herzen tragen. Einst sagte Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu alayhi wa'alaikum Oh ihr Leute, wer etwas weiß, soll darüber sprechen. Und wer etwas nicht weiß, der soll sagen, Allahu alam.